servus glück auf und herzlich willkommen zur kleinen info video zu unserem erste fußball bundesliga sargos community tippspiel was ein titel leute wir tippen hat die erste fußball bundesliga beginnt ins dritte jahr es gibt auch in diesem jahr wieder im nächsten jahr endet die saison am ende der saison gibt es den ersten platz 25 euro wenn wir das team gut haben oder amazon gutschein für den zweiten 15 und für den dritten 10 sollte ich unter die ersten drei kommen verzichte ich natürlich auf mein gewinn und es rutscht automatisch ein runter wie könnt ihr dabei sein ich brauche eine e-mail-adresse von euch das ist alles ihr schreibt mir einfach im discord eine nachricht mit eurer e-mail-adresse und dann trage ich das hier ein und dann bekommt ihr einen link zugeschickt und schon seid ihr dabei tipprunde habe ich gerade neu gestartet die ersten haben auch schon getippt wie ihr seht ihr habt zeit bis immer fünf minuten vom spieltag ihr könnt natürlich erst später einsteigen wenn ihr das video später seht dann habt ihr aber leider einen später verschenkt aber wenn ihr der mega tipper seid soll das auch nicht das problem sein punkt regeln man bekommt zwei punkte für die tendenz drei punkte für den richtigen abstand also wenn jetzt meine 21 getippt hat das spiegel 1 0 was bekommt der drei punkte für das richtige ergebnis fünf punkte dazu haben wir noch ein paar bonus fragen welche mannschaften belegen die plätze 16 bis 18 bekommt ihr jeweils zehn punkte für welche mannschaft stellt den spieler mit den meisten toren gibt es 55 punkte wer wird deutscher meister 10 wer wird herbst meister 10 und wo findet der erste trainer wechsel statt gibt fünf punkte diese fragen müssen zwingend bis zum ersten anpfiff also bis zum freitag den 13 8 beantwortet sein und das ist alles wer dabei sein wird ist dabei wenn ich der nicht ich freue mich wenn ein paar leute dabei sind wird spannender und wie gesagt kommt im disco schreibt mir private nachricht mit einer e mail adresse und dann trage ich euch ein und dann seid ihr mit am schlüssel ganz wichtig für die die hierbei sind und nicht tippen bis zum ersten spieltag die lösche ich raus wir haben letztes jahr auch irgendwie zwei dame noch bei gehabt die irgendwie nur zu den spieltag getippt haben oder so ich weiß nicht wer dieses jahr bock hat deswegen wer bis zum ersten spieltag nicht getippt hat den lösche ich hier raus solltet ihr das dann vergessen haben sonst was und wollt doch trotzdem wieder mitmachen meldet euch einfach nochmal mit einer e mail adresse dann bekommt ihr eine neue einladung gut das war's schon leute ich freue mich auf rege teilnahme in diesem sinne haut rein bis dann tschüssi und natürlich allen viel spaß und erfolg war